Wir kommen zurück zu einer weiteren Folge Supermarket Simulator. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir starten jetzt mal den Tag mit unserem neuen Mitarbeiter. Pierre. Los. Und ich bestelle derweile nach. Ich nehme auf jeden Fall einmal Salz. Wird Pierre am Ende des Tages bezahlt? Oder wie läuft das? Ich nehme... Mehl brauche ich nicht in rot. Ich nehme einmal Nudeln. Ich nehme... Einmal blaues Mehl. Oh je, ich weiß nicht, ob das zum Problem wird, wenn hier zu viele Kunden auf einmal anstehen. Ich glaube, das war die falsche Entscheidung. Okay, wir nehmen... Oder Zucker haben wir noch. Wir nehmen auf jeden Fall zweimal Rot auf Strich. Wir nehmen... Einmal Shampoo. Zweimal Taps. Wir nehmen... Einmal dieses Ding hier unten. Und das. Und... Wir nehmen... Einmal Milch. Einmal Apfelsaft. So. Es ist vielleicht nicht gut, hier die leeren Kartons hinzuschmeißen. So, die Tabs habe ich zweimal genommen. Da ist ein Vakuum. Ja, läuft das hier mit dir? Die Leute stehen schon halb draußen. Aber ein bisschen zackiger. Ähm. Ach so. Der hat sich angestellt. Draußen einfach. Der hat erstmal geklaut und ist zurückgekommen. Ach so. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde mit einem Kassierer. Das fühlt sich so schlimm an. Ich habe es nicht mehr unter Kontrolle. Ah. 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 Ich weiß nicht, wie Menschen in ihren Läden Mitarbeiter einstellen können. Oh. Was? Was? Ist doch nicht so teuer. Das ist auch gar nicht so einfach. Das Lager und einräumen, also und die Regale zu bewachen, also das so zeitgleich irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie es bei den Getränken aussieht. Oh no! Die habe ich erst noch gar nicht nachgefüllt, ne? Deswegen sieht es hier ganz schlecht aus. Die Kassen sind voll. Ja, es tut mir leid. Der Pierre, der kann das nicht. Ich brauche eine zweite Kasse. Aber da brauche ich eine zweite Kasse und einen zweiten Kassierer, weil ich das jetzt alleine gemacht hätte, wäre die Kasse nicht voll. Oh, der Pierre. Seife. Wie sie einfach draußen stehen. Was hat er gesagt? Nein. Die meckern alle. Ah. Mein Laden. Er geht zugrunde. Ich kann die Kasse auch nicht übernehmen. Ach, die gehen in die Ecke, um zu schmollen. Ach so. Ne, das kann man so nicht nochmal machen. Ich muss Pierre dann jetzt gleich leider feuern. Oh. Wollte ich eigentlich nicht. Egal. Wir müssen das wieder selber übernehmen. Ich kann das nicht abgeben. Äh. Äh. Ach so. Ich hatte das Mehl. Ich habe die Nudeln. Ich habe jetzt leider nicht aufgepasst, bei wie viel Geld wir den Tag gestartet haben. Ähm. Aber ich bezahle dem keine Überstunden. Nicht, dass der denkt, er kann jetzt hier ganz gechillt machen. Und ich bezahle dem, dass der länger bleibt. Nee, nee, nee. Yeah. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Hast du im Vorstellungsgespräch ein bisschen was anderes beschrieben? Du hast dich ein bisschen besser dargestellt, als du bist, ne? Mhm. Gebe ich dir jetzt noch eine Chance oder nicht? Hast du noch eine verdient? Ich weiß es nicht. Was machen wir jetzt mit Pierre? Okay, erstmal. Oh no. Apfel, Oliven, Soda. Apfel, Oliven, Soda. Apfel. Olivenöl. Ja, Pierre. Ist hier geschlafen? Ich würde sagen, wir schmeißen Pierre raus. Und holen uns mal so einen Lagermenschen. Dann müssen wir dann aber alles, was wir nachbestellen, ins Lager räumen. Woraus er dann nachfüllt. Dann brauchen wir rein theoretisch auch noch ein paar Regale. Gehen wir noch zwei Regale dort rein? Ähm. Glaub nicht. Klar, passt. Ähm. Dann packe ich hauptsächlich die Sachen ins Lager. Lager, die oft nachzufüllen sind. Eben sowas wie Milch und Toilettenpapier. Leer? So, wie heißt sie eigentlich? Okay. Jetzt können wir gleich bestellen. Dann probieren wir das mal, wie das ist. Mit einem Lagermitarbeiter. Oh, Getränke müssen wir noch auffüllen. Ich weiß auch gar nicht, würde der Lagermitarbeiter jetzt auch einräumen, wenn gerade der Laden eigentlich geschlossen ist? Oder räumt der dann nur ein, wenn der Markt geöffnet ist? Ich werde es herausfinden, weil während ich hier gerade aufnehme, ist ja niemand da, der mir das sagen kann. Aber ihr könnt mir das trotzdem gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das Spiel auch spielt und die Antwort auf meine Frage wisst. Okay. Wir brauchen wieder alles. Hier war es einmal Öl. Einmal das, einmal das, einmal das. Nudeln, haben wir noch zweimal Spaghetti, einmal Reis. Zweimal blaues Mehl. Ähm, einmal Toast, einmal Aufstrich. Einmal das, einmal das, einmal Shampoo, einmal Seife, einmal Shampoo, einmal Seife. Ähm, zweimal Meister Proper und zweimal... Das da ganz unten. Das da ganz unten. Einmal Toilettenpapier. Einmal Toilettenpapier. Einmal Apfel, einmal Orange. Einmal Apfel, einmal Orange. Einmal Apfel, auch hier war es einmal. Also vom Soda einmal und Cola einmal, Cola einmal. So. Und wie funktioniert das jetzt? Jetzt können wir selber einräumen, das ist jetzt nicht so schlimm. So. 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 Was denn hier ist auch hier? Er füllt die Regale, auch wenn der Laden zu ist. auf jeden fall die milch ins lager irgendwann mal milch finde diese eine kiste wird im shampo schiebe ich die ganze zeit hin und her müssen uns dann nur überlegen was wir alles noch mal wie viel platz haben wir jetzt ja das funktioniert sowohl nicht schade also wir haben 1 2 3 4 5 6 12 18 plätze da können wir doch jedes 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 12 13 14 15 16 17 18 bis auf die getränke könnten wir eigentlich alles hinten rein stellen let's go kleinpakete die salz mache ich jetzt auch nicht hinten rein wenn pakete machen wir hier vorne hin schafft er die lernkartons selber in müll um um und 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 jetzt noch offen lasse ich da ja so tun wir einfach mal wieder alles ins lager aber dann dann sehen wir hier mal ein bisschen was neben mache ich die spaghetti euch da den zucker und hier nehmen irgendwo müsli und 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 Spaghetti die kommen neben den nudeln Ich habe doch auch Müsli bestellt. Es verwirrt mich irgendwie mit der Position der Schilder. Ich habe auch Müsli bestellt. 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 Ich wollte gerade sagen, hatte ich nicht schon... Okay, Getränke machen wir selber. Das heißt, wir räumen jetzt die Sachen hier noch hin. Das passt bestimmt nicht mehr. Das ist ja so ein Riesenpaket. Okay. Klopapier passt glaube ich auch bloß eine Kiste hin, kann das sein? Das ist ja ein bisschen doof. Gut. Gut. Ähm. Es ist da proper. Ich glaube, ich habe mich doch ein bisschen mit dem Platz... Äh... Vertan. Soll ich jetzt hier irgendwas doppelt? Ich weiß es nicht. Aber Shampoo und Seife war hinten. So. Und dann den Rest... Da weiß ich dann zumindest, dass ich das selber auch füllen muss. Merke ich mir eh nicht. Aber ich wüsste es rein theoretisch. Soviel dazu. Absolut keine Ordnung mal hier drin. Ich dachte, ich mache es ein bisschen sortiert. Und das lassen wir jetzt mal kurz hier stehen. Das können wir selber noch wegräumen und die Getränke sortieren wir noch rein. Und das kann ich jetzt mal kurz hin. Trotzdem weiß ich noch nicht so richtig Was ist, wenn das Lager hinten leer ist und ich das nicht mitbekomme also während der Tag läuft Das war die falsche Kiste Ich bräuchte noch jemanden, der einfach automatisch immer hinten die Lagerregale voll bestellt ohne dass ich das irgendwie managen muss Das wäre ja richtig praktisch So Dann haben wir es jetzt aber Was sagt die Zeit? Nun, die Folge ist leider schon wieder rum Gottes Willen Das war jetzt wirklich auch so eine Sortierfolge Es tut mir ein bisschen leid Aber Wir haben auf jeden Fall einmal den Kassierer ausgetestet Und das war jetzt nicht so erfolgreich Deswegen Vielleicht wird das jetzt mit Hugo besser Ich bin gespannt Habe ich jetzt alle Rechnungen bezahlt Jetzt aber Gut Dann starten wir Morgen In die neue Folge Mit Hugo Und wir schauen mal, wie er sich so schlägt Bis morgen Danke fürs Zuschauen Macht's gut Habt noch einen schönen Tag Bye-bye 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 Bye-bye